1, 2, 1, go! Einerseits sieht man ein paar von unseren eigenen Sachen spielen aus dem Next Movement. Andererseits sieht man vielleicht den einen oder anderen Künstler begleiten, der sonst noch auftritt und nicht extra seine Band mitnimmt. Das ist etwas, was wir jahrelang machen. Heute ist es eine durchmischte Show, in der wir mal spielen, mal nicht spielen, mal bei uns eigenes spielen. Es wird sicher spannend. Wir sind zusammen mit Stroman Kals, die hier oben moderieren und uns als Backing-Band, ich glaube, das wird sehr gut harmonieren. Vielen Dank! Wir bauen zusammen mit anderen Kals. Wir bauen an die Kals. Wir bauen dann eine Kals aus der Kals. Das ist wirklich noch einig. Das ist wirklich noch einiges, einfach. Ich mache das für mich. Wir nutzen, wir arbeiten mit einem Kals.